Irgendwie vertraue ich ihm nicht. Nein, nicht lange jetzt. Be bereit. Lied, motherfucker. Vater. Du musst mich in die Grimsohn sehen. Athena hat ein paar schlechte Nachrichten. Ich bin. Mercer hat uns eine linee von blöden. Er ist auf etwas. James? Du wirst nicht die halbe. Ich bin auf meinem Weg. Oh Mann, was denn noch? Okay, müssen wir erstmal abgeschlossen. Natürliche Selektion. Volle Energie. Oh, hat sich die Energie erweitert? Er war Wissenschaftler. Okay, dann ab zu ihm. Und zwar schnell. War so klar, dass Mercer lügt. Man merkt es richtig raus. Er will den Virus ganz allein für sich behalten. Und wahrscheinlich irgendeine Superarmee züchten. Oder sich selber irgendwie stärker machen. War nur unglaublich. Los geht's. How do we stop? Oh, ja klar. Er war ein so'n Typ, der mich komplett entdeckt hat. Ist das nicht nett? Äh, ist das hier gesperrt? Ne, es war so aus, als ob es gesperrt ist. Genau vor der Nase. Hallo. Ja, ich mach hüpfi hüpfi und kann superschnell rennen. Weißen war da. Wieder auf dem Haus. Auf dem Dach. Feldagent in der Nähe. Okay. Können wir eigentlich mal checken. Wo ist er denn? Äh, Feldagent? Sollte der nicht hier oben sein? Der hat mir oben angezeigt. Ja. Vielleicht hinter dem Haus. Ja, könnte sein. Hier hinter. Okay. Der wird natürlich wieder von allen beobachtet. Ist ja logisch. Er ist der einzige, der nicht beobachtet wird. Ah, jetzt wird er beobachtet. Weil der sich umgedreht hat. Mhm. Ist das nicht nett? Naja, ist ja gut. Oh mein Gott, ey. Der muss sich umdrehen. So, da merkt ja keiner. Ups. So, zack. Der Nächsten. Einer nach dem Anderen. So muss das auch sein. Ach, Ziel wird beobachtet. Ich geb euch, Ziel wird beobachtet. Kann doch nicht wahr sein. Die drehen sich immer zu mir um. Ja, ich weiß, bin sehr verdächtig. Okay, der Typ muss dran glauben. Sorry. Und wenn alle beobachtet. Oh net. Sie am liebsten komplett kaputt schlitzen. Mach ja auch einen Vergleich. Er wird nicht beobachtet. WTF? Warum hab ich ihn aufgehoben? Na, geil. Ist ja nett, wenn ich ihn aufgehoben hab. Naja, gut. Wir haben auf jeden Fall den Feldagenten. Die haben einen Chiefword bekommen. Das zählt. Wie geil, ey. Da heb ich einfach so'n Zombie auf, der am Boden liegt. Hell yes. Die Luftbrücke. Entschuldigung. Es wird sich gut an. Absorbieren Sie den Fatsch, Commander. Auf geht's! Ich seh schon, da müssen wir hin Vorsicht, Sperrzone Oh, ich bin... Oh, da war ich nicht so klug Ja, ich muss den Alarm beenden Ja, mein Gott, jetzt doch Hm, die haben alle Angst Man dürfte wieder zuhören Wechseln wir einfach So Jetzt geht die Aufmerksamkeit schon runter Haben wir gleich Toll, der hat mir Wechseln angezeigt Ist doch ne kluge Idee Naja, ich muss hier weg Ich komm gleich nochmal hier wieder Warten, warten, warten Wechseln Okay Absorbieren sie den Fahrzeug, guck mal an Ach so, da steht der unten Oh, ich dachte, das wären die hier oben Weil die aussehen wie die Piloten Naja, einfach mal dem Symbol folgen Gott, wie ich das so Dinger hasse Ja, 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 komm her Ich spring da jetzt runter, absorbiere den Kerl Oh, dann hat sie die Sache Ging auch schnell Das ist genau das gleiche Model Alles klar, nutzen Sie die Luftbrücke Okay Okay, Luftbrücke, gelbe Zone Sie sind hier Navigieren Sie mit linken Stick Um sich zur Luftbrücke in der grünen Zone zu begeben Ja Grüne Zone dürfte dann die hier wohl sein Jupp Komm anscheinend in einem neuen Abschnitt irgendwo Neue Stadt oder sowas Aber ich wette, das wird sowieso alles gleich aussehen So Großstadt mit Slums so verbunden Da wären wir auch schon Wer ist denn vorgefahren? Oh, fucking infected are coming in from the Red Zone Tunnels Shhh, look at that You here for the briefing? What are you talking about? Lieutenant Riley called in extra troops for some major operations I just thought, you know, since you're one of their go-to guys We're here for that Huh, might have to crash that party Roger that, Dragon 1-1, we're clear to landing